Musik 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 Süßer Wassabi Also das widerspricht sich vom Grund auf Weil Wassabi ja eigentlich scharf ist Ich will auch ehrlich gesagt Das ist aber so, wie es schlägt. Ich stelle es mir eh glatt vor. Das ist so, wie es schlägt. 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 Nein, komm. Das muss man nicht legen. Ich habe gerade kein Interesse an dir, Eisenhaser. Eine Sequenz, ich habe eigentlich noch etwas anderes gedacht. Du bist bereit? Ja, los geht's. Ich habe einen Big Daddy, ich habe einen Big Daddy, ich habe einen Big Daddy. Ich glaube, ich sage jetzt nicht, woran ich gedacht hatte. Ihr dabei sollt's. Dieses Mischbild hat mir viel, viel Ärger bereitet. Unser Topf, ein Topf, ein Topf! Ähm, Hallo? Ich wollte nicht so bei Fall bei mir, dass mein Kontroll aus so rumspackt und mich eigentlich süßig manchmal. In den Seelspringen, ich glaube, ich bin sehr gerne nach meinen Erlebnissen. Ah, das mit den Füßen ist es immer noch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Genau, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, den Füßen ist das Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es auch ein Lackes. Ah, das mit den Füßen ist es nicht. Ah, es muss tambémzi autant sein werden. Ah, das mit dem Füßen ist es einem Lackes. Ah, es möchtet sich aus dem Lackes. Ah, verein... Ah, das ist das übrigens... Das versteckt, summe schmeißig! Ah, das äh! Ah, das ist wirklich! Untertitelung. BR 2018 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 Für jede Höhe. Noch was interessantes hier? Nein? Sieht wohl nicht so aus. Nobler Unkoa. Also von denen habe ich jetzt gerade nicht viel gehalten. Oh, so ein gutes Training natürlich. Das sieht... Das sieht nach spannenden Partys aus. Deshalbelbeck. Sieht ja, we won. Man, was ein Bunch of jokers. Das war's. Das war's. Look at the emblem. They're traders from Colony 6. No wonder it's been so long since the last delivery. Right. They're injuries. They were made by no Mekon. It was probably the monsters that live here. Man, that's grim. I don't want to go like this. Not even killed by Mekon. Just some monsters in a cave. They probably have families. Children. Maybe. It wouldn't surprise me. But why do you say that? Oh. No reason. Right. Should we return them to the Bionis? Oh, right. What's born from the Bionis is born to the Bionis. That's the way of the haunts. That was way harder than I thought it'd be. I'm just about ready to collapse. Let's take a rest. If the monsters in here killed all these traitors... We need to be at our best. I'm way awake, so I'll take a first watch. Thanks, man. The nap will do me good. Shulk, my turn. Awake already? Didn't sleep a wink. I still feel like I just did one of Vanguard's drills. Hey. Why do you think that Mechon attacked? Or they just felt to them? Or, what? Did we do something wrong? Sort of reminds me of the battle between the Bionis and the Mechonis. Or I'm really saying anything to do with that. Well, it's hard to believe that living things are just a source of energy for machines. There has to be another reason. Mechon? He killed Fiora? Yeah. You know what? I'll never forgive them. I don't care what their reason is. Hmm. When it happened, the Minardo showed me that Fiora was in danger. But I couldn't save her. It's not your fault. Just because the Minardo showed you some future, that don't mean you could do anything about it. You did great. You fought them off. I couldn't have done that. You know, I've been thinking about it. Why you can use the Minardo on me. Dixon told me. You're a survivor from the Minardo expedition team that went out 14 years ago. There was a blizzard or something, and your mum and dad died. And then Dixon found you and brought you back. That sounds right. I was pretty young. So I don't really remember anything. Is that why you do it? Why you're always helping Dixon with his research and trying to figure out the Minardo? Maybe. Part of me does see it as something to remind me of my mum and dad. But mainly, if it really is the sword that the Bionis used to kill the Mekonis, like in a legend, I want to work out it's secret. That's the real reason. I've got it. You were chosen by the Minardo. What? Chosen? Don't you see? Not even that man can handle you. You don't chance that you can and he can't. I'll take the next watch. You get some rest. Okay. I'll try. No. No, I'm right. Do you wish to change it? Huh? The future. Huh? It is every man's desire to change the future. Is that not so? Even if everything has been predestined, will you not oppose it? Aye. The Minardo is now in your hands. The Minardo will grow with you. If you can find the true Minardo, the future is yours. The true Minardo? Shock. Uh, shock. Shock. Ryan! What the fuck? Give us a hand. Ooh. Oh. Oh. Nein. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 5. 6. 6. Ich habe nur noch einen Platz. Schau! Nice job! Leave this alone! Come on! We can do it! We can do it! Shadowbind! Ain't this! Now it's your time! On these! I'm sorry, Brian. Don't worry about it. It looked like you were having a nightmare. Really? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Was I dreaming? What's with you? We better get a move on. It wasn't a dream. It was a condition. What should I do? I'm sorry. I don't know. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. So, der wird zum nächsten Part. Untertitelung des ZDF, 2020